Musik Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Kartschnupps, diesmal mit Shovel Knight. Immer noch mit Shovel Knight. Diesmal mit Shovel Knight. Shovel Knight. Wir gehen in den Clockwork Tower. Oh mein Gott! Ja! Weißt du, was wirklich Grint-Maggie ist? Ja. Auhoho! Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Lass mich raten, das wird echt ein ziemlich beschissener Level. Naja. Ich finde nicht schlecht. Ah, wäre da gleich was ausrüstet. Äh. Was sind das? Aufziehbare Ratten? Ja. Schau, wie schnell es auf einmal wird. Ich bin so aufgeregt. Tja. Alles sehr clockworky, wie du sehen kannst. Und Gutes! Woop! 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 Ich möchte diesen Level da hinten ziehen. Welch? Der da hinten hängt. Achso. Das schaltet sich irgendwas an, irgendwas lustiges. Äh. 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 Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö und wenn schwer was ich glaube ich wenn man eben ich habe das nie ausprobiert aber ich glaube das ist was anderes ok also wenn man im leeren fisch gibt es also irgendwas dafür okay gut alles klar naja man kann also auch angeln ohne wie gut zu wissen hier kommt es nicht so los das war so klar ich bin es gibt immer so unkürzelt wer sind es noch bisher was wir haben rot so hoch ich hab ich hab dich schon gesehen die Welt für die um die Köln so haben wir unsichtbar gehabt keine Ahnung gehabt nicht sehen was wir getan haben die Sitzung der Bühne plötzlich da wo mit einem so das ist jetzt sicher wird wobei ich in ist sicher in den Köln und Und... Oh, mal was anderes. Treasure Elixir! So. Oh, ich hasse diese Pokémon-Viecher. Ich hasse sie so sehr. Wie oft wirst du noch von den Kindern? Ja, zu oft. Ah! Ich sage, ich hasse sie. What do you do? What do you do? Das war der verzweifelte Jayden, wie er aus... Aggression auf seine Couch getroffen hat. Aus leichten Frust, ja. Aber er hat sich ganz gut angestellt. Nicht so wie bei der Frost-Area. Oh! Lass mich grad, das war wieder kurz vorm Checkpoint. Daher kommt die Frustration ja auch. Ehe, 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 Ehe. Weil du scheiße künstst. Ehe, Ehe. Ich finde es ja immer cool, weil da Jayden... Bezeichnet sich selbst erst gerne mal als die Superior Game. In den meisten Fällen kann ich das auch tatsächlich... Na, fuck you! Ehe. Ehe, Ehe. Aber er lässt irgendwie auch keine Möglichkeit aus, den Nubros hängen zu lassen. Ehe, Ehe. Ehe. Ehe, Ehe. Ehe, Ehe. Ehe, Ehe, Ehe. Ehe, Ehe. Ehe, Ehe. Ehe. Ehe, Ehe. Ehe, Ehe. Ehe, Ehe. Ehe, Ehe. Ehe. runter. Richtig. Und durch die Magik des Editions sind wir wieder zurück. Wo sind wir weg? Ha! Gwenni Gunn Wild für einen kurzen Moment. Ich, 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 ich. Natürlich! Was sonst? Natürlich! Gut für dich! Und wie war es? Schon wieder? Was? Ja, ich glaub du hast echt, weil ich für heute genug von Sabina. Ich weiß nicht, wir haben jetzt auch Angst. Ja, aber irgendwie. Hohohoho. Ah. 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 Oh. Fuck. Fuck, fuck. Und was haben wir denn da? Ein Game. Ein Game. Ein Game. ein technisches Meisterwerk aber was weiß ich schon ich bin ja nur ein Typ der im Internet ist und Spiele spielt ich hab keine Ahnung was Entschuldigung, ich müsste nur kurz wenden hahaha schon fortan soll dieser Tag sein soll dieser Tag bekannt sein als James Melton noch nicht noch nicht aber ich glaube ich glaube heute könnten wir echt den Punkt erreichen könnten wir da hinkommen naja ich sende Musik-Ski und ein ohohoho es wird immer besser und wir sind erst beim ersten ich nehme erst mal ein Schluck von meinem Kaffee fangen wir mal so an, ja, an dieser Stelle jetzt geht es mir besser fick dich fick dich und fick dich und fick dich so ich kling, du sollst dich ficken hahaha hahaha wie geil boah, ich bin jetzt so laut und renne einfach durch ich tue alle und bin viel zu geil für dich zu spielen ich muss da eh nicht beruhig, ich hab die Musik-Shit schon aber das ganze Geld da reicht um deine Familie fuck them money fuck them money wer braucht schon Geld, wenn du swag hast haha naja naja just no das heißt just no you need some swag ja but you don't have some swag please ich brauche jetzt die money ich brauche jetzt die money nein, nicht einmal nein das schöne du kostet jetzt nicht unbedingt aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert ich möchte es einfach mal zu tun ne ich möchte, dass das funktioniert tatsächlich würde funktionieren okay, dann machen wir was so gut uh 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 hey das ist aber geil also ich hab das Alter einfach noch nie wirklich lang und viel verwendet kann ich nicht genau sagen, wie gut es ist aber anscheinend ist es sehr gut ja das ist so hypnotisch mit den ganzen hier sind hinter dem Hintergrund im Hintergrund und da gibt es einen Händel oder einen Troutan oder Händchen oder vielleicht ist es ist es ne Gun er gab mich selbst so ein Chickens hu 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 aber wenn man so ein Skiller wie ich es bin ist manchmal hin und wieder wenn man dann nochmal Zeit hat dafür dann dann geht das oh was ist ich schon ich bin ein Typ der im Internet Videospiel spielt ja das bringt jetzt öfter an so einfach das ist meine Ausrede für alles ab jetzt Frauen mögen das Frauen mögen die Ticken die im Internet Videospiel spielt das kann ich mir kaum vorstellen nein du hast gesagt du nimmst dir das als dein deinen Running Gag oder sowas oder das sagst du jetzt immer ja und ich sag jetzt aber einfach immer Frauen mögen das ok ok zu Sachen diese clearly das na ne clearly das noch NEIN HAHAHAHA Entschuldigung für die Übersteuerung aber das war zu geil das war zu geil das war zu geil ich brauch's Geld nicht und wir sind da am Checkpoint alles kein Problem alles ist kein Problem alles cool alles cool nichts passiert alles ist live und ich bin nicht kurz vor dem Meltdown mein, 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 mein Conscience is clear das Spiel ist gut das ist das beste Spiel auf der ganzen verfickten Welt das ist so gut das ist, ich hab keine Fehler no flaws here don't look closer alles ist gut es liegt nur an mir und meiner schlechten Spielweise weil ich scheiße bin das Spiel ist gut das Spiel ist gut ich bin schlecht das ist alles was zählt ohhhh natürlich was sonst ich mag euch ihr seid's cool ihr seid's richtig gut desigte Gegner und die Pokémon natürlich auch ah nein alles kein Problem alles kein Problem mein Conscience is clear yeah mir geht's gut haaah oh ja es ist natürlich was sonst oh ein Checkpoint ist schön sehr freundlich oh in dem Moment in dem man Luft holt darf ich auch mal wieder anfangen zu reden ja aber ich hab grad echt nichts Tolles zu sagen ich hab mir nichts hinzuzufügen nach diesem coolen Meltdown ist es noch nicht nein, es ist alles gut alles gut alles ist gut was sind das eigentlich sind das diese die schauen ein bisschen aus wie so ok, entschuldigung das war eine Aufschrei des fuck alles ist gut everything is cool alles is fine everything is fine erst mal ruhig angeln erst mal ruhig angeln das ist beruhigt fuck der Schiss fuck der Schiss jetzt gerade mag ich nicht ich sein wirklich das ist alles kein Problem das ist alles kein Problem das ist alles cool ich brauch das nicht das ist gut das ist gut das ist gut so ich bin jetzt echt ah ok dann willst du gar nicht hin Nein ich danke nein ich komm schon wieder hin nein was NO das nächste Mal bekommen Tschau